In diesem Video geht es um EA und seine ganz besondere Ankündigung, die sie vor einer Woche ungefähr getätigt haben. Aber zuerst gibt es eine wichtige Werbung. Haben auch sie es satt, in Sims 4 ständig im Pool eingesperrt zu werden, in Räumen ohne Türe, weil ihr allmächtiger Herr sich irgendwie denkt, ja, das macht Spaß, und wollen sie nicht immer wieder sterben und ihre Sims jämmerlich verrecken sehen? Dann sollten sie sich jetzt dieses DLC hier kaufen, nur für 50 Euro. Halten sie jetzt Zugang zu, bitte töte meine Sims nicht, der DLC. Schlagen sie jetzt zu, benutzen sie den Code unten im Link, denn das sind 10% Rabatt darauf, das heißt, ihr bezahlt nur ganze 41,50. Das ist ein unglaubliches Angebot, damit eure Sims nicht sterben und ihr auch Spaß im Spiel haben könnt. Schlagt zu, oder wollt ihr etwa, dass eure Sims sterben? Und damit wieder zum Video, die nächste Werbung gibt es in ungefähr 3 Minuten. DA plant wieder einmal Werbungen in Computerspiele einzubauen und das ist, naja, schon früher nicht ganz so gut gelungen. Aber schauen wir uns erstmal kurz den Artikel hier von der GameStar an. Hier schreibt unser guter Freund Andrew Wilson, Es ist immer noch sehr früh an dieser Front. Im Verlauf unserer Geschichte haben wir darauf geachtet, sehr umsichtig bei Werbeanzeigen im Kontext unserer Spiele zu sein. Aber Werbung hat die Gelegenheit, ein bedeutungsvoller Wachstumstreiber zu sein. Gehen wir erstmal darauf ein, ja, ich konnte mich nicht zurückhören, ein bisschen lachen muss ich da auf jeden Fall. Es geht um sehr umsichtig, diese Formulierung ist bei EA natürlich immer sehr falsch, wenn wir uns verschiedene Dinge anschauen. Aber gehen wir erstmal auf diese bedeutungsvollen Wachstumstreiber ein. Wir haben ja ganz klar die Aussage vom CEO, die halt die Investoren glücklich machen soll. Das heißt, wir haben hier natürlich keine Idee für die Konsumenten, sondern es geht ums Wachstum. Wachstum bedeutet nicht, der Konsument erhält ein besseres Produkt oder dadurch eine Aufwertung seines Produktes, wofür er ja schon Geld bezahlt hat, sondern es geht natürlich ganz klar darum, die Investoren glücklich zu machen. Und die Investoren müssen halt durch Wachstum glücklich gemacht werden. Das heißt, was hier formuliert wird in einer doch recht, ja, blumigen Formulierung, ist einfach auf Deutsch gesagt, die Investoren wollen mehr Geld. Irgendwo ja auch verständlich natürlich, aber eben auf Kosten der Konsumenten, indem wir Werbeanzeigen schalten können. Andrew Wilson gibt weiterhin an, dass die Firma sehr furchtig sein würde, wenn sie damit anfangen. Außerdem hätten sie interne Teams, die sich gerade ansehen würden, wie sie es sehr durchdacht da in diese Spieler hineinbringen könnten. Was genau sich der Publisher vorstellt, sagt Gamester weiterhin, wird hier nicht ausgeführt. Aber ganz offensichtlich werden bereits Pläne geschmiedet, wie Werbung auch in Vollpreistiteln umgesetzt werden kann. Und das ist, wie ich eben schon mal angedeutet habe, auch nicht der erste Vorspruss von EA. Wer halt sowas wie UFC 4, also ein Kampfsportspiel, gekauft hat, der weiß, dass da auch schon ein Trailer für The Boys und so weiter eingefügt worden, und das wirklich in einer penetranten Art und eben im Vollpreistitel. Und nachdem das Spiel schon released worden war. Und die Reaktion der Spieler ist natürlich dementsprechend Spott, Wut, Enttäuschung, Fassungslosigkeit, also bei mir zumindest Fassungslosigkeit. Denn der Andrew Wilson müsste ja wissen, wie schlecht der Hu von EA ist. Und statt, dass er ihn halt mit guten Produkten aufpoliert, versucht er wieder mit diesen Methoden halt das Geld, was ihn momentan durch fortschrittliche neue Game Designs verloren geht, halt wieder mit Werbung aufzufangen, um die Investoren glücklich zu machen. Und ob das der richtige Weg ist, das wird sich zeigen. Und die Reaktion der Fans war eben, wie erwartet, nicht sehr positiv. Also zumindest erwartet von mir und jedem rational denkenden Menschen, der vielleicht nicht irgendwo anders in einer anderen Sphäre oben in seinem CEO-Turm wohnt. Und solche Sprüche wie, wenn ich einem Unternehmen zutraue, furchtig und rücksichtsvoll bei der Einführung von Werbung in Videospielen zu sein, ist es EA. Ironie off, ist klar. Das ist nur ein Beispiel, das die GameStar anführt. Oder ich bezahle kein Geld, um dann Werbung zu sehen. Ja, ganz klare, eindeutige Sache. Und da kommen wir auch zum Kern in der Geschichte. Denn diese Reaktion, ich bezahle kein Geld, um dann Werbung zu sehen, kommt natürlich ganz, ganz viel. Wir haben also, wenn wir Reddit angucken und andere Beiträge, ganz viele Leute, die ganz rational und ganz logisch sagen, hör mal, ich kaufe jetzt kein Spiel, um mir dann auch Werbung anzusehen. Und selbst, wenn die subtil gemacht wurden wäre, ist es ja trotzdem eine Werbung in einem Spiel. In einem Spiel, wofür ich vielleicht 70 Euro bezahlt habe. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Leute, die auch sagen, jetzt kaufe ich auf keinen Fall mehr ein Spiel. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich habe schon seit 10, 20 Jahren kein Spiel mehr von EA gekauft. Und dass EA diese Reaktion nicht irgendwie hätte vorhersehen können, ist halt sehr merkwürdig. Merkwürdig, klar, sie reden dann wieder ihrer typisch Corporate-Sprache im Sinne von, okay, wir werden damit umsichtig umgehen. Aber diese Reaktion war doch klar. Also wer würde denn jetzt als durchdachte, weitdenkende Firma denken, das ist eine gute Aussage. Jetzt gerade, wo unsere Firma eh schon extrem in der Kritik ist und extrem im Verruf geraten ist, meiner Meinung nach kann da kein Experte an dem Ruder gewesen sein, um diese Entscheidung zu treffen. Natürlich kann ich irgendwo verstehen, die Investoren wollen ihr Geld sehen. EA ist nun mal eine börsennotierte Firma. Bevor jetzt wieder die einzelnen Kommentare kommen, die mich dafür immer wieder angreifen. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wir müssen das trotzdem so sehen. Und zwar langfristig. Wenn wir uns in die EA-Rolle hinein denken, ist es doch nicht hilfreich, wenn ich sage, hey, ihr bezahlt 70 Euro und für eine Premium Edition vielleicht 120 Euro und kriegt dann Werbung mit hinein. Das heißt natürlich, die Fans sind sauer und die Fans werden dann die Produkte nicht mehr kaufen. Und wenn ich weniger Produkte verkaufe, brauche ich wieder mehr Monetarisierung. Und dadurch geht das in einen typischen Teufelskreis über. Und der ist das Problem. Und denkt auch immer daran, wenn ihr denkt, die Entwickler bekommen das Geld. Das ist nicht so. Das Geld fließt zu großen Teilen halt nicht in die Entwickler, sondern ganz im Gegenteil, werden ja eher Entwicklerstudios geschlossen bei EA. Und zwar können wir das auch vergleichen mit 2K, die das ja auch schon mal getan haben. Aber eigentlich ist das schon länger Zeit für Werbung, glaube ich. Deswegen machen wir kurz Werbung. Aber diesmal eine echte Werbung. Und zwar für meinen Kanal. Denn wir haben auch schon mal das 2K-Thema bei dem Civilization-Video, meine Angst vom Civilization 7 Release, diskutiert. Außerdem könnt ihr alles mögliche andere finden an Tutorials oder in Meinungsvideos, die sich gern mit den großen Firmen und deren, naja, speziellen Machenschaften beschäftigen. Guckt einfach mal unten in die Beschreibung rein. Vielen Dank und weiter geht's. 2K jedenfalls hat genauso einen Backlash bekommen. Und dieser Backlash, dem müsste da auch andere Firmen dann ein Fingerzeig sein. Hör mal, ich sollte das vielleicht nicht machen. Ich sollte mich davon distanzieren. Man könnte ja wenigstens ehrlich sein und sagen, Leute, es geht gerade nicht so gut. Wir müssen irgendwo die Investoren zufriedenstellen. Und das ist unser Weg, den wir jetzt gerade gewählt haben. Ob das dann gut ist? Nein, ist es nicht. Aber es ist immer noch besser, als es einfach rauszuhauen, so als wenn es irgendwas total Positives wäre. Wobei, hey, eben diese ganze Masche versucht haben und den ähnlichen Rückstoß oder Backlash eben der Community bekommen haben. Langfristig gesehen sollte EA einfach mal verstehen, dass die Strategie nicht immer sein kann, mehr Monetarisierung oder andere Formen von Monetarisierung einzubauen, sondern die Qualität ihrer Spiele zu erhöhen. Aber ich glaube, dass EA da einfach schon komplett verloren ist. Aber es sollte ja generell für jede Firma klar sein, die in irgendeiner Weise Profit fahren will und auch zufriedene Kunden haben will, die dann wieder mehr Geld ausgeben, um wieder neue Produkte zu erwerben, dass das nur so passieren kann, wenn ich halt gute Produkte liefere. Und wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, da sind halt ein paar Ausnahmen dabei, die EA auch noch durchaus über Wasser gehalten haben und FIFA sowieso. Aber ansonsten haben die halt kaum gute Produkte, die eben die Konsumenten bei der Stange halten und auch ohne solche komischen Methoden irgendwie Profit einfahren. Und deswegen müssen sie zu solchen Maßnahmen greifen. Aber das verschlimmert das Prinzip. Ich hoffe, man kann irgendwie verstehen, was ich meine. An die FIFA, ach nein, Entschuldigung, FC-Fans unter euch, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ja, viel Spaß mit der Werbung, weil es scheint so zu sein, dass Sportspiele sehr betroffen davon sind. Liegt wohl auch daran, dass in der echten Welt halt auch Sport massiv beworben ist, also mit vielen Werbung versehen wird. Von daher denke ich, dass wohl dieses Spiel das erste Sein, wo es reinkommt, weil es am meisten auch Einnahmen geben sollte. Ich meine, wer die Videos sieht, weiß, dass ich es bei manchen Firmen liebe, halt über die abzulästern. Und da ist EA natürlich ganz vorne dabei. Aber man muss sich ja einfach mal die realistische Frage stellen, trotz all der Satire des Lustigen und des Fremdschämens, ja, wo soll das noch hinführen? Wo führt das vor allen Dingen für EA hin? Und ich finde, das sollte ich mich nicht als irgendein Dulli hier fragen, der neben seinem Vollzeitjob hier so Videos macht, sondern sollten sich die Millionäre und die Milliardäre bei EA fragen. Denn wird das wirklich zielführend sein, wenn sie die Fans wieder einmal hinters Licht führen? Wir merken ja auch, selbst bei FC, also FIFA, dass die Qualität halt konstant abnimmt. Da ist ja nichts mehr Neues, nichts mehr Beeindruckendes. Da ist keine Seele mehr hinter. Und was genau ist das Ziel von EA, wenn sie jetzt noch sagen, ja, okay, wir müssen jetzt nicht irgendwie mal unsere Spiele verbessern, sondern wieder irgendwas einfügen, was mehr monetarisiert. Wenn so viele Spiele, wie diese Firma auf dem Gewissen hat, das ist unglaublich. Und viel schlimmer als die Spiele sind halt die ganzen Firmen, die EA auch gekauft und zerstört hat. Auch da muss ich nochmal ganz kurz Werbung machen, jetzt ganz ohne Bullshit oder sonst irgendwas. Guckt euch mal dieses Infektiös-Video an, wie halt EA die Firmen zerstört. Am Ende habe ich auch so ein Tribut nochmal gezeigt, welche Firmen da alle zerstört sind. Ich war wirklich selber erstaunt, wie viele Firmen jetzt schon wirklich im Bankrott gehen. Mit all diesen Dingen kann man sich halt die Frage stellen, ist EA noch zu retten? Und ich glaube, da sind wir uns eigentlich alle einig. Nein, es ist nicht mehr zu retten. Es tut mir auch leid für all diese Leute, die halt in diesen Firmen beschäftigt sind oder waren. und die diesen Arbeitsbedingungen, die ja teilweise auch nicht gut sind und halt auch dieser ständigen Angst, halt das nächste Studio zu sein, den nächsten Entwickler, den nächsten Designer zu sein, die halt entlassen werden. Aber ich glaube halt, EA ist da nicht mehr zu retten. Die Investoren wollen halt mehr. Dabei ist die Firma eigentlich nicht mehr auf dem Hoch, wo sie mal war. Es ist halt eigentlich nur so eine Handvoll an Produkte, die sie wirklich nur über Wasser hält. Der Rest ist halt total lost. Also es ist wirklich weg. Das heißt, diese Firma hat eigentlich kein Potenzial mehr aufzuerstehen. Wenn ich immer an sowas wie Bioware denke, die ja jetzt auch wieder irgendein Spiel rausbringen, ich weiß nicht, wer sitzt da noch und sagt sich, das wird bestimmt ein super Spiel. Man wird doch niemals mehr diesen Gedanken haben. Diese Firma ist so gebrannt, Mark, dass sie wahrscheinlich irgendwann einen Namen ändern wird, um vielleicht noch irgendwie Publisit sie zurückzugewinnen. Aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und jetzt mit Werbung wieder anzugehen, um da halt wieder irgendwelche Leuten zu catern, die natürlich das Geld haben, ganz klar, aber die Konsumenten sind damit noch mehr zu verschrecken. Das wird halt den letzten Sargnagel wahrscheinlich geben, nach all diesen Kontroversen. Und EA ist halt nur noch durch ganz wenige Firmen, ganz wenige leidenschaftlichen Produkte irgendwo vorne dabei. Also in meinen Augen bleibt uns da einfach nichts weiter, als die alten Teile, die alten Dinge zu feiern, die EA damals groß gemacht haben, und sich damit zu begnügen. Denn Neues erwachte ich persönlich nicht mehr. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was denn sonst noch da kommen wird, wenn dann noch weitere Nachrichten auftauchen. Ich könnte mich ja jetzt noch mit Microsoft und Ubisoft beschäftigen, schon wieder, aber ihr könnt ja erst mal eure Meinung nennen. Was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Wie steht ihr dazu, zu dieser Werbungsgeschichte? Und sagt ihr, dass EA noch irgendwo ein Lebenszeichen hat, oder ist diese Firma komplett los?